Was willst du, Darlene? Sie hat dich seit acht Jahren nicht gesehen. Sei einfach nur ein Vater für sie. Warum willst du nicht in eine verlassene Psychiatrie? Das ist der Hammer. Ganz genau. Ich werde gehen. Sieht aus wie ein Gefängnis. Verirre. Wir gehen definitiv darunter. Wie soll es angeblich sprungen? Ich bin hier weg. Kennt ihr meine Tochter? Vielleicht meidet sie dich, Arschloch. Keine Ahnung, wir haben uns verloren. Also du hast sie dort gelassen? Ich hatte dich nicht erwartet. Was weißt du über junge Mädchen, die in dieser Gegend verschwinden? Was sind sie? Ich weiß es nicht. Du wirst nicht mehr lange dort draußen überleben können. Wo ist sie? Es tut mir leid. Sie müssen sie finden. Du erinnerst dich an mich, nicht wahr, Bob? Ich bewahrte sein Geheimnis. Was hast du getan? Wo gehst du nur hin, Bob?